Ja hallo Leute ein kleiner Pianistenratgeber oder nicht nur für andere Instrumentalisten durchaus auch. Also habe ich mir hier was sehr gut funktioniert einen Duschstuhl für ältere Menschen oder für kranke Menschen. Das funktioniert sehr gut, hast du sehr guten Halt und er hat ja auch vier Füße und du kannst die Höhe einstellen. Ich zeige es mal eben. Kannst du hier sehen kann man hier sehen die Höhe ist einstellbar in drei Stufen und das reicht durchaus. Also ich habe hier diese mittlere Stufe und die Dinger kosten also die Teile kosten so um die 25 Euro oder so. Jetzt nicht so teuer, aber durchaus dann finanzierbar. Auch wenn du nicht so viel verdienst wie ich jetzt beispielsweise auch als Klavierlehrer kommt ja nicht so viel. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich auch nicht so. Alles klar, das ist mal eine kurze Info hier von mir. Dann macht's mal gut und bis demnächst wieder. Tschüss, euer Konort.